Willkommen zu München. Das ist der letzte Mal für euch, Lufthansa-Star-Allen, LH-2284, zu Brüssel. Wir bitten alle restlichen Passagen, um zu K8 zu gehen, sofort zu K8. Ihr Flug wird bald geöffnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Lufthansa-Star-Allen, LH-2284, zu Brüssel. Das sind zwei Stunden. Nachmittag, dann ist das ein paar Jahre. Das ist ein paar Jahre. Das ist ein paar Jahre. Das war eine Zeit, die Sie in den letzten Jahren haben. Das war nicht so, dass Sie mit einem Schraubladen müssen, aber die Sie im ersten Zeit haben, die Sie im Ausloten haben. Das ist ein paar Jahre.